So, mein Gott. Das wird, glaube ich, wieder eine ziemlich knappe Kiste. Obwohl, das war jetzt sehr gut. Und das da oben wird jetzt nur ein bisschen knifflig. Erstmal, dass du da runterkommst. So, rein mit dir. Haben wir es doch geschafft. Yay, null. Was? Das war's, das war's. Ihr seid gut. Die Maschine ist schon alt. Das passiert natürlich immer. Na gut, jetzt die nächsten. Nächste Gruppe. Sie sind viel zäher als die ersten. Was soll das heißen? Springen die mich noch öfters an oder was? Okay, die sind jetzt lila. Ne, die sind doch nicht lila. Genau. Ah, jetzt ist er auch noch. Nein! Ich muss... Oh, warum läuft die denn jetzt jedes Mal zu dem Ding dahin, ey? Ich muss mal die Vogelklamotten ausziehen, weil das ist... Ne. So. Das ist nämlich ein bisschen chaotisch. So. Ja. Ja, ich möchte... Ja. Okay, es ist immer noch das Schwere. Das ist glücklich, dass ich nicht von vorne anfangen muss. Das war gut. Das war auch gut. Okay. So, jetzt den hinteren da. Ja. Ja. Na. Bist du ein? Ist der weggelaufen? Kurz bevor ich den kriegen wollte. Einfach so. Ist ja unfassbar. Boah. Ja, der war jetzt aber... Schade. Schade. Schade Schade. Schade Schade. Nein! Nein! Ja. Oh Gott, noch 13 Sekunden, das wird knicklich. Oh Gott. Nein, das war genauso knapp wie eben, ey. Oh, ist das ätzend. Aber ich bin so froh, dass man das nicht hintereinander machen muss, ne? Okay, das war auf jeden Fall Glück. Und super. Jetzt kommt der rechte, der schwere da. Nein, nein, nicht fliegen! Nicht da hinten hin, du Drecksvieh! Das ist super! So, sehr gut! So, super! Noch 25 Sekunden über gehabt. Puh! Okay, jetzt kommt der letzte. Ich meine, es wären drei, habe ich gelesen. Null! Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, diese Null. Oder Bestandenkreis. Das war's, das war's, ihr seid gut. Die Maschinen sind... Vielleicht sind die zu schwer, wollt ihr? Natürlich wollen wir. Aber... So. Jetzt bin ich mal gespannt, was das hier gibt. Okay, nochmal eins. Nummer zwei. Das ist nicht so gut wie eben. Nummer drei. Nummer drei. Ich bin sehr froh, dass man keine Leben davon abgezogen bekommt, wenn die einen anhüpfen. Ah, schade. So ein Drecksbiest, ne? Ja! Super! So, jetzt noch der letzte in 44 Sekunden. Oh. Oh, das sieht gut aus. Das ist halt das Problem, den da rüber zu kriegen, ordentlich. Yes! Super! Waren das jetzt alle? Null! Hey, ihr seid gut. Ihr habt alle gekriegt. Ihr seid schon so gut wie ihr, wie wir. Toll! Hier, für euch. Wasch die Kujaras. Wasch die Kujaras. So etwas haben wir alle. Damit waschen wir... To-ra-da-ko-öl ab. Also passt gut drauf auf. Das heißt, wenn wir jetzt... Jetzt ist es komplett im Arsch. Oh nein! Wenn wir jetzt eingeölt sind, dann können wir uns damit direkt abwaschen. Sieh nur! Es ist durch. Kaputt. Und es ist noch Kujaras übrig. Wir brauchen eine große Sicherung. Ich hab doch eine. Yay! Ihr habt die Sicherung. Jetzt kann ich wieder Kujaras waschen. Danke! Danke! Mehr gibt's hier aber, glaube ich, nicht zu machen. Was mit dir? Danke euch! Dank euch geht die Maschine wieder! Wollt ihr nochmal waschen? Nein! Nochmal? Moment. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Was? Ey, das kaputt machen! Moment! Nein! Ah! Nein! So! Okay, wir müssen das doch nochmal machen. Was sagt denn die Uhr? Okay, ähm. Machen wir es nochmal. Ich hoffe mal, wir müssen jetzt nur einmal machen. Nein! Und nicht... Ehm. Guck! Wollte ich schon sagen, nicht zumachen, ey. Da war knapp, glaube ich, gerade. Oh, das ist perfekt, dass du gerade hier bist. Nein, Drecksvieh. So.